Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum ersten Video Ausweisung nitratbelastete Gebiete und Auflagen des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz. Nach einer kurzen einleitenden Erläuterung, weshalb die Gebiete ausgewiesen werden, beschäftigen wir uns in diesem Video mit der Abgrenzung der mit Nitrat belasteten Gebiete, bevor wir dann die Ausweisung der mit Nitrat belasteten Gebiete am Beispiel eines Grundwasserkörpers genauer betrachten. Am Ende des Videos gehen wir auf die Maßnahmen in den roten Gebieten ein. Zunächst aber zur Frage, warum die mit Nitrat belasteten Gebiete ausgewiesen werden. In vielen Regionen Deutschlands ist die Belastung des Grundwassers mit Nitrat bereits seit den 1970er und 80er Jahren zu hoch. Zum Schutz der Trinkwasserreserven hat die EU im Jahr 1991 die EU-Nitratrichtlinie erlassen, die von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden muss. In Deutschland ist die Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen, kurz Düngeverordnung, ein wichtiger Teil der Umsetzung der Nitratrichtlinie. Aus Sicht der EU reichen die von Deutschland getroffenen Maßnahmen bisher nicht aus, um den Nitrateintrag ins Grundwasser ausreichend zu verringern. Im Jahr 2018 hat daher der Europäische Gerichtshof die Bundesrepublik Deutschland wegen unzureichender Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie verurteilt. Daraufhin hat die Bundesregierung im Mai 2020 die Düngeverordnung novelliert. Die Düngeverordnung verpflichtet die Bundesländer zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten Gebieten, besser bekannt als rote Gebiete. Deutschland ist jedoch nicht das einzige Land, gegen das die EU-Kommission wegen der unzureichenden Umsetzung der Nitratrichtlinie vorgeht. Zwischen 2016 und 2019 gab es Vertragsverletzungsverfahren gegen zehn Mitgliedstaaten. Die Länder Estland, Bulgarien, Polen, Slowakei, Frankreich und Griechenland haben mittlerweile die geforderten Maßnahmen umgesetzt, wodurch die Verfahren gegen die Länder abgeschlossen werden konnten. Die Verfahren gegen die Länder Belgien, Deutschland, Italien und Spanien dauern hingegen noch an. Die zum 1. Januar 2021 erfolgte Ausweisung der roten Gebiete in Deutschland wurde von der EU-Kommission nicht akzeptiert. Aus Sicht der EU-Kommission muss über jeder belasteten Messstelle ein rotes Gebiet entstehen. Daher forderte die EU-Kommission von der Bundesregierung eine kurzfristige Änderung der Ausweisungssystematik. Insbesondere dürfen die Stickstoffemissionen aus der Landwirtschaft, das heißt die bislang eingeflossenen abgeschätzten Stickstoffsalden und das damit verbundene Eintragsrisiko in das Grundwasser bei der Gebietsausweisung nicht mehr berücksichtigt werden. Außerdem müssen alle belasteten Flächen unabhängig von ihrer Nutzung als rote Gebiete ausgewiesen werden. So zum Beispiel auch Wald- und Siedlungsflächen, welche in der vorangegangenen Gebietsausweisung nicht einbezogen waren. Die Maßnahmen sind jedoch nur auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen umzusetzen. Mit der Novellierung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit nitratbelasteten und eutrophierten Gebieten, kurz AVV-GEA, wurde die neue Ausweisungssystematik durch die Bundesregierung für die Bundesländer verbindlich festgelegt. Die Bundesländer müssen auf dieser Grundlage die mit nitratbelasteten Gebiete zum 30. November 2022 neu ausweisen. Bayern setzt dies mit Änderung der Ausführungsverordnung Düngeverordnung AV-DüV um. Im ersten Abschnitt des Videos werden wir Ihnen nun die einzelnen Schritte der Abgrenzung der mit nitratbelasteten Gebiete detailliert erläutern. Am Ausweisungsverfahren sind die Landwirtschaftsverwaltung und die Umweltverwaltung beteiligt. Dieses Schema zeigt die Arbeitsschritte, durch die die mit nitratbelasteten Gebiete ausgewiesen werden. Diese schrittweise Erarbeitung erfolgt gemeinsam auf fachlichen Grundlagen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, kurz LFU, und der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, kurz LFL. Nun zur Erläuterung der einzelnen Schritte, die in den nachfolgenden Folien detailliert beschrieben werden. Schritt 1 Zuerst stellt sich die Frage, welche Grundwasserkörper in Bayern sind mit Nitrat belastet. Dazu wertet das LFU die Nitratgehalte von Grundwasserproben an den Messstellen des Ausweisungsmessnetzes aus. Bei einem Grundwasserkörper handelt es sich um ein abgegrenztes Grundwasservolumen, für das möglichst einheitliche hydrogeologische Verhältnisse vorliegen. Grundwasserkörper mit mindestens einer belasteten Messstelle des Ausweisungsmessnetzes müssen betrachtet werden. Sie sind die Ausgangsbasis für die weitere Abgrenzung der mit Nitrat belasteten Gebiete. Schritt 2 Gibt es in den belasteten Grundwasserkörpern unbelastete Teilgebiete? In diesem Schritt werden neben den Nitratmesswerten der Messstellen des Ausweisungsmessnetzes auch die Messwerte an sogenannten Zusatzmessstellen berücksichtigt. Mithilfe von Regionalisierungsverfahren werden innerhalb der betrachteten Grundwasserkörper anhand der gemessenen Nitratkonzentrationen unbelastete Gebiete von belasteten Gebieten abgegrenzt. Schritt 3 Gibt es zusätzlich belastete Einzugsgebiete von Trinkwassergewinnungen und Heilquellen? Einzugsgebiete von belasteten Trinkwassergewinnungen oder Heilquellen, die im Schritt 1 über das Ausweisungsmessnetz nicht erfasst wurden, werden hier hinzugenommen. Schritt 4 Welche landwirtschaftlich genutzten Flächen liegen mit mindestens 20% im belasteten Gebiet? An den Grenzen der roten Gebiete gilt, sobald eine Fläche mit mindestens 20% im belasteten Gebiet liegt, muss sie mit ihrer Gesamtfläche in die Kulisse mit einbezogen werden. Das Ergebnis der vier Schritte ist die Kulisse der roten Gebiete. Beginnen wir mit Schritt 1. Welche Grundwasserkörper in Bayern sind mit Nitrat belastet? Der Schwellenwert für Nitrat liegt nach § 7 der Grundwasserverordnung bei 50 mg Nitrat pro Liter Wasser. Diese Nitratkonzentration darf sowohl im Grundwasser als auch im Trinkwasser auf keinen Fall überschritten werden. Daher wird auch bei Nitratwerten unter dem Schwellenwert beobachtet, ob die Werte an der Messstelle steigen. Sobald eine Konzentration von drei Vierteln des Schwellenwertes, bei Nitrat sind dies 37,5 mg Nitrat pro Liter, an einer Messstelle erreicht wird, ist zu prüfen, ob die regelmäßig gemessene Nitratkonzentration einen steigenden Trend aufweist. Nach der Systematik der AVV-GEA sind alle Grundwasserkörper zu betrachten, die gemäß des dritten Bewirtschaftungsplans der Wasserrahmenrichtlinie in einem schlechten chemischen Zustand sind. Zur Einstufung schlechter chemischer Zustand führen sowohl Nitratgehalte über dem Grenzwert als auch Messwerte über 37,5 mg Nitrat pro Liter mit steigendem Trend. Auch wenn der chemische Zustand nach Wasserrahmenrichtlinie gut ist, wird ein Grundwasserkörper betrachtet, sobald mindestens eine landwirtschaftlich beeinflusste Messstelle den Schwellenwert überschreitet oder eine Nitratkonzentration von mindestens 37,5 mg pro Liter und einen steigenden Trend aufweist. Relevant in Schritt 1 ist das Ausweisungsmessnetz nach § 4 der AVV-GEA. In diesem Ausweisungsmessnetz sind die landwirtschaftlich beeinflussten Messstellen unserer behördlichen Messstellen des Messnetzes zur Wasserrahmenrichtlinie, kurz WRRL, des EU-Nitratmessnetzes und des Messnetzes der Europäischen Umweltagentur, kurz EUA, enthalten. Dazu können noch weitere Messstellen herangezogen werden. Auch diese weiteren Messstellen werden bereits für die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie verwendet. Dabei handelt es sich um Messstellen oder Wassergewinnungsanlagen der öffentlichen Wasserversorgung mit einer Entnahmemenge von mehr als 100 m³ pro Tag. Für alle Messstellen des Ausweisungsmessnetzes gelten Mindestanforderungen, die auch in der AVV-GEA detailliert aufgeführt sind. Zu Art und Ausbau der Messstellen müssen entsprechende Stammdaten vorliegen. Der Ausbau hat den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen. Dabei gelten auch frühere Stände der allgemein anerkannten Regeln der Technik als gleichwertig, wenn dadurch keine signifikante Beeinflussung der Nitratkonzentrationen zu erwarten ist. Zudem muss eine Dokumentation mit Angaben zur Funktionstüchtigkeit vorhanden sein. Für die Gebietsausweisung sind die Nitratgehalte im oberflächennächsten Grundwasserleiter relevant. Daher ist es wichtig, dass die Messstellen auch im oberflächennächsten Grundwasserleiter ausgebaut sind und sie das Wasser dort erfassen. Mischungseffekte mit in der Regel unbelastetem Grundwasser aus tiefer liegenden Stockwerken werden so vermieden. Die Wasserproben werden von geschultem Personal nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik genommen. Bei der Probenahme wird die Messstelle zugleich auch auf ihre Funktionstüchtigkeit kontrolliert. Neben den Mindestanforderungen sind auch Ausschlusskriterien für Messstellen definiert. Ausgeschlossen sind Messstellen, die im Abstrom einer dominierenden Punktquelle liegen, da hier anthropogene Einflussfaktoren nicht landwirtschaftlichen Ursprungs auftreten können. Ausgeschlossen sind außerdem Messstellen mit einem signifikanten Zufluss von Oberflächenwasser oder sonstigem Fremdwasser. Die Datengrundlage für das Ausweisungsmessnetz liefern die drei bereits vorgestellten Messnetze sowie die weiteren Messstellen wie die Wassergewinnungsanlagen der öffentlichen Wasserversorgung. Für die Gebietsausweisung sind die Nitratgehalte im Zeitraum von 2018 bis 2021 relevant. Gemäß AVVGEA ist der Mittelwert aus den jeweiligen Jahreshöchstwerten zu verwenden. Alle Messstellen wurden natürlich auf die zuvor genannten Anforderungen geprüft. Die zuvor beschriebenen Messstellen des Ausweisungsmessnetzes nach § 4 AVVGEA sind in dieser Karte dargestellt. Insgesamt hat das Ausweisungsmessnetz in Bayern 685 Messstellen. Davon überschreiten 169 Messstellen den Schwellenwert oder weisen eine Nitratkonzentration von mindestens 37,5 mg pro Liter mit einem steigenden Trend auf. Durch die 169 belasteten Messstellen des Ausweisungsmessnetzes ergeben sich nun im ersten Schritt die zu betrachtenden Grundwasserkörper. Diese sind in der hier dargestellten Karte als gelbe Flächen hervorgehoben. Kriterium für die Betrachtung des Grundwasserkörpers ist, dass in dem Grundwasserkörper mindestens eine Messstelle über dem Schwellenwert für Nitrat liegt oder eine Nitratkonzentration von mindestens 37,5 mg pro Liter mit einem steigenden Trend aufweist. Sie sehen hier das Ergebnis des ersten Schrittes. Von bayernweit insgesamt 260 Grundwasserkörpern sind demnach 83 Grundwasserkörper weiter zu betrachten. Kommen wir nun im zweiten Schritt zur Herausnahme unbelasteter Gebiete auf Grundlage weiterer messstellenbezogener Daten in den zuvor genannten 83 Grundwasserkörpern. Dieser Schritt, in dem die Gebiete weiter abgegrenzt werden, wird auch emissionsbasierte Abgrenzung oder Regionalisierung genannt. Die AVV-GEA gibt verschiedene Methoden vor, um unbelastete Teilgebiete in den zu betrachtenden Grundwasserkörpern abzugrenzen. Bayern wendet bei der Regionalisierung der roten Gebiete im Jahr 2022 die Interpolationsverfahren Voroneu und IDW an. Die Abkürzung IDW steht für Inverse Distance Weighting. In § 5 AVV-GEA ist die Differenzierung nach hydrogeologischen und hydrologischen Kriterien als weiteres mögliches Verfahren genannt. Ab dem Jahr 2029 werden laut AVV-GEA nur noch geostatistische Regionalisierungsverfahren zulässig sein. In Bayern wenden wir für die Ermittlung von belasteten und unbelasteten Gebieten innerhalb der Grundwasserkörper die beiden Interpolationsverfahren IDW und Voroneu an. Mit diesen deterministischen Interpolationsverfahren werden über die an Messstellen erfassten Nitratkonzentrationen Werte für Flächen ermittelt. Grundlage ist ein Datenkollektiv, das aus den Messwerten der Ausweisungs- und Zusatzmessstellen besteht. Voraussetzung für die Anwendung des IDW-Verfahrens ist eine Messstellendichte von mindestens einer Messstelle je 50 Quadratkilometer. Beim Verfahren Voroneu müssen mindestens zwei Messstellen je Grundwasserkörper für die Regionalisierung vorhanden sein. Bei beiden Verfahren werden die Nitratwerte sogenannter Zusatzmessstellen mit einbezogen. Diese Zusatzmessstellen müssen mit Ausnahme einzelner Dokumentations- und Kontrollpflichten die Anforderungen einhalten, die an Messstellen des Ausweisungsmessnetzes gestellt werden. Genauso wie Ausweisungsmessstellen müssen auch die Zusatzmessstellen beispielsweise das oberste Grundwasserstockwerk erfassen und die Anforderungen an die Probennahme erfüllt sein. Außerdem muss auch bei diesen Messstellen ausgeschlossen sein, dass sie durch punktuelle Einflüsse beeinträchtigt werden. Als Datenkollektiv liegt auch hier, wie schon beim Ausweisungsmessnetz, der Zeitraum 2018 bis 2021 zugrunde. Auch hier muss der Nitratmittelwert aus den jährlichen Maximalwerten gebildet werden. Voraussetzung für das Verfahren IDW ist, wie gerade erwähnt, eine Messstellendichte von mindestens einer Messstelle je 50 Quadratkilometer. Zusätzlich ist auch die Verteilung der Messstellen im Grundwasserkörper wichtig. Wenn ein Grundwasserkörper zu mindestens 60 Prozent seiner Fläche mit Messstellen abgedeckt ist, wird er mittels des IDW-Verfahrens regionalisiert. Wenn nicht, dann wird das Voroneu-Verfahren angewandt. Wie funktioniert das IDW-Verfahren? Der Grundwasserkörper wird in ein Raster mit einer Gitterzellenweite von 1000 x 1000 Meter eingeteilt. Die Nitratkonzentration der einzelnen Gitterzelle wird dabei aus den Werten von benachbarten Messstellen interpoliert, wobei sich die Distanz zur jeweiligen Messstelle auf die Gewichtung des Messwertes auswirkt. Je kürzer die Distanz, umso stärker ist der Einfluss auf den Wert der Gitterzelle. Gitterzellen, deren Nitratwerte von mehr als 50 mg Nitrat pro Liter oder mindestens 37,5 mg Nitrat pro Liter mit steigendem Trend zugewiesen wurden, werden als belastet bewertet und verbleiben in der Kulisse. Alle anderen Gitterzellen werden als unbelastet herausgenommen. Das Voroneu-Verfahren kann hingegen angewandt werden, sobald in einem Grundwasserkörper mindestens zwei Messstellen vorhanden sind. In der Gebietsausweisung wird es immer dann herangezogen, wenn das IDW-Verfahren nicht verwendet werden kann. Im Gegensatz zum IDW-Verfahren arbeitet das Voroneu-Verfahren nicht mit einem Raster, sondern mit Polygonen. Diese sind auch als Thiessen-Polygone bekannt. Als Voroneu- oder auch Thiessen-Polygone wird eine Zerlegung des Raumes bezeichnet, die durch eine vorgegebene Menge an Punkten, in diesem Fall mindestens zwei Messstellen, erfolgt. Diese Messstellen bilden die Zentren der Polygone. Jede Messstelle wird so durch mehrere Geraden umschlossen und bildet das Zentrum des so entstandenen Polygons. Jedem Polygon wird nun noch der Konzentrationswert der darin liegenden Messstelle zugeordnet. Diejenigen Polygone, die einen Wert über dem Schwellenwert von 50 mg pro Liter Nitrat oder eine Messstelle mit einer Nitratkonzentration von mindestens 37,5 mg pro Liter und steigendem Trend beinhalten, verbleiben in der Kulisse, alle anderen werden herausgenommen. Hier sehen Sie eine Übersicht aller Messstellen, die für die Regionalisierung verwendet wurden. Neben den rund 4400 Stützmessstellen sind auch die 679 Messstellen des Ausweisungsmessnetzes zu sehen. In der eingeblendeten Karte sehen Sie die mit Nitrat belasteten Messstellen in Rot bzw. Orange dargestellt. Von den insgesamt 83 zu betrachtenden Grundwasserkörpern wurden 46 Grundwasserkörper mit dem IDW-Verfahren regionalisiert. Diese sind in der Karte gelb hinterlegt. In 37 Grundwasserkörpern erfolgte die Regionalisierung mit dem Voroneu-Verfahren. Dies sind die hellrot hinterlegten Bereiche in der Karte. Im dritten Schritt werden Einzugsgebiete von Trinkwasser- oder Heilquellengewinnungen betrachtet und gegebenenfalls in die Kulisse hinzugenommen, die im ersten Schritt über das Ausweisungsmessnetz nicht erfasst wurden. In die Kulisse einbezogen werden die Einzugsgebiete, die als mit Nitrat belastet bewertet werden. Ein Einzugsgebiet wird als mit Nitrat belastet bewertet, wenn an mindestens einer Wasserfassung oder einer zu überwachenden Messstelle eine Nitratkonzentration im Grundwasser von über 50 mg pro Liter oder mit mindestens 37,5 mg pro Liter und steigendem Trend vorliegt. In der klein eingeblendeten Karte sieht man nochmal die 83 zu betrachtenden Grundwasserkörper. Die hellblauen Bereiche in der großen Karte zeigen die Gebiete, die bei der Regionalisierung im IDW- und Voroneu-Verfahren als belastet eingestuft wurden. Die in der Karte in einem dunklen blau eingefärbten kleinen Gebiete sind belastete Einzugs- bzw. Wasserschutzgebiete, die hier nun im dritten Ausweisungsschritt in die Kulisse hinzugenommen werden. Auf dieser Karte sehen Sie das Ergebnis der emissionsbasierten Abgrenzung nach den ersten drei Bearbeitungsschritten. Diese hier in blau eingefärbten Flächen zeigen die Kulisse, die vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, kurz LFU, für die Umsetzung des vierten Bearbeitungsschritts an die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, kurz LFL, weitergegeben wurde. Im vierten und letzten Schritt werden die Außengrenzen der roten Gebiete festgelegt. Dafür wurde an der LFL die Kulisse aus der emissionsbasierten Betrachtung mit den landwirtschaftlich genutzten Flächen auf Grundlage der Flächenidentifikationsnummern, kurz FIT-Nummern, abgeglichen. Sobald ein Feldstück mit mindestens 20% der Fläche in der Kulisse liegt, wird es mit seiner Gesamtfläche zum roten Gebiet hinzugenommen. Hier sehen Sie das Vorgehen bei der Abgrenzung der roten Gebiete an den Rändern der Kulisse. Die blaue Linie zeigt die Grenze der Kulisse, die mittels der emissionsbasierten Betrachtung in den ersten drei Ausweisungsschritten entstand. Wenn die blaue Linie die Grenze einer landwirtschaftlichen Fläche schneidet, wird geprüft, ob mehr als 20% dieser Fläche innerhalb der Linie liegt oder nicht. Liegt die Fläche mit mindestens 20% seiner Größe innerhalb der blauen Linie, dann wird die ganze Fläche zur roten Gebietskulisse hinzugenommen. Hier ersichtlich an der geraden roten Linie. Wenn weniger als 20% der Fläche im belasteten Gebiet liegt, dann zählt die Fläche als Ganzes nicht zum roten Gebiet. Verläuft die blaue Linie durch Wald- oder Siedlungsgebiet, dann entspricht die blaue Linie der Grenze des roten Gebiets. Durch diesen Schritt vergrößerte sich die rote Gebietskulisse um rund 16.300 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. Das war der letzte Schritt der Ausweisung der roten Gebiete. Die eingeblendete Karte zeigt die roten Gebiete, die durch die gerade erläuterten vier Ausweisungsschritte entstanden ist. Die 2022 ausgewiesene Kulisse der mit Nitrat belasteten Gebiete umfasst rund 17% der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Bayern. Nun werden wir das Vorgehen bei der Abgrenzung der roten Gebiete anhand eines konkreten Beispiels veranschaulichen. Als Beispiel nehmen wir den Grundwasserkörper 1G105 Quartier Landshut, der in Niederbayern liegt. Er erstreckt sich entlang der nördlichen Isar von Landshut bis zur Mündung in die Donau bei Deckendorf. Der Kartenausschnitt zeigt die Lage des Grundwasserkörpers in der Bayernkarte. In diesem Grundwasserkörper gibt es insgesamt vier Messstellen des Ausweisungsmessnetzes. Die Karte zeigt die Messstellen des Ausweisungsmessnetzes mit den Nitratklassen. Die Tabelle rechts zeigt die Nitratgehalte aus den Mittelwerten der jährlichen Höchstwerte im betrachteten Zeitraum 2018 bis 2021. Die Nitratmesswerte liegen bei drei Messstellen über dem Schwellenwert von 50 mg Nitrat pro Liter. Eine Messstelle weist Nitratmesswerte unterhalb des Schwellenwertes und gilt daher als unbelastet. Damit gibt es in diesem Grundwasserkörper drei belastete Messstellen. Dies führt dazu, dass der Grundwasserkörper im ersten Ausweisungsschritt als zu betrachten eingestuft wird. Nun folgt im Beispiel der zweite Schritt, die Herausnahme von unbelasteten Teilgebieten. Dieser Schritt wird auch Regionalisierung genannt. Auf der Karte sehen wir alle Messstellen, also die des Ausweisungsmessnetzes, als auch die Zusatzmessstellen, die für die Anwendung eines Regionalisierungsverfahrens verwendet werden. In diesem Grundwasserkörper stehen neben den vier Messstellen des Ausweisungsmessnetzes zwei Zusatzmessstellen zur Verfügung. Die Anzahl und Dichte der Messstellen ist nicht ausreichend, um das Interpolationsverfahren IDW anwenden zu können, sodass das Voroneu-Verfahren zum Einsatz kommt. Durch das Regionalisierungsverfahren werden die Bereiche um unbelastete Messstellen aus der Kulisse herausgenommen. Bereiche des Grundwasserkörpers, in denen belastete Messstellen liegen, verbleiben hingegen in der Kulisse. Im dritten Schritt wird geprüft, ob es im Grundwasserkörper belastete Einzugsgebiete von Trinkwasser- und Heilquellengewinnungen gibt. In unserem Beispiel gibt es ein belastetes Einzugsgebiet, hier dunkelgrau eingefärbt. Dieses Einzugsgebiet liegt jedoch bereits innerhalb des hellblau eingefärbten Bereichs, sodass Schritt 3 zu keiner Vergrößerung des roten Gebiets führt. In Schritt 4 wird an den Rändern der Gebietskulisse geprüft, welche landwirtschaftlichen Flächen zu mindestens 20% in der Kulisse liegen und dadurch die Abgrenzung der roten Gebiete dementsprechend angepasst. Das Resultat sind schließlich die hier dargestellten, mit nitratbelasteten Gebiete innerhalb des Grundwasserkörpers 1 G105 Quartier Landshut in Niederbayern. Die für diesen Grundwasserkörper gezeigten Informationen können Sie für jeden Grundwasserkörper mit roten Gebieten im Internet auf der Seite des Landesamts für Umwelt abrufen. In dem letzten Abschnitt unseres ersten Videos erläutern wir Ihnen, welche Maßnahmen und Anforderungen in der Düngeverordnung in den mit nitratbelasteten roten Gebieten vorgegeben sind. Es gibt sieben bundeseinheitliche Vorgaben für die roten Gebiete. Damit wurde anders als in der vorangegangenen Düngeverordnung vermieden, dass alle Bundesländer unterschiedliche Maßnahmen vorgeben. Am meisten Kopfzerbrechen bereitet die Verringerung des Stickstoffdüngebedarfs um 20% im Durchschnitt der roten Flächen eines Betriebs. Wie Sie sehen, gilt sie nicht für Dauergrünlandflächen, wenn der Anteil an der Gesamtfläche der jeweils ausgewiesenen roten Gebiete 20% nicht überschreitet. Die Grenze 170 kg Stickstoff aus organischen Düngern wird in den roten Gebieten auf die Einzelfläche bezogen. Bei Flächen außerhalb der roten Gebiete erfolgt die Berechnung weiterhin bezogen auf den Betriebsdurchschnitt. Für die Regelungen minus 20% und 170 kg Stickstoff pro Hektar einzelflächenbezogen gibt es eine Ausnahme. Die Ausnahme gilt für Betriebe, die im Durchschnitt der Flächen im roten Gebiet jährlich nicht mehr als 160 kg Gesamtstickstoff ausbringen und davon maximal 80 kg mineralisch. Das heißt, der Landwirt kann also 80 kg mineralischen Dünger und den Rest als organischen Dünger ausbringen. Da diese Regelung im Durchschnitt der Flächen in diesem roten Gebiet gilt, gibt das dem Landwirt die Möglichkeit, gegebenenfalls zwischen einzelnen Kulturen einen Ausgleich zu schaffen. Als dritte Anforderung besteht die Verpflichtung zum Zwischenfruchtanbau vor Sommerungen, wenn diese mit Stickstoff gedüngt werden sollen. Diese Zwischenfrucht darf bis zum 15. Januar weder umgebrochen noch bearbeitet werden. Es gibt aber keine Vorgaben zur anzusäenden Zwischenfrucht. Auch Rheinsaaten sind möglich. Von dieser Anforderung gibt es nur zwei Ausnahmen. Wenn die Ernte der Vorfrucht nach dem 1. Oktober erfolgt oder in Gebieten mit weniger als 550 mm jährlichem Niederschlag. Es wird einige wenige Gebiete geben, in denen wir in Bayern 550 mm Niederschlag unterschreiten werden. Als weitere Maßnahme besteht in Sommer und Herbst ein Düngeverbot für Zwischenfrüchte ohne Futternutzung, also für solche Zwischenfrüchte, die nicht an Tiere verfüttert werden. Das bedeutet, Zwischenfrüchte, die in eine Biogasanlage gehen, dürfen nicht gedüngt werden. Auch nicht gedüngt werden darf die Wintergerste und der Winterraps. Mit der Ausnahme, der Winterraps hat geringe Mengen, kleiner 45 kg pro Hektar, anverfügbaren Stickstoff im Boden, was durch Untersuchungen belegt werden muss. Wenn Zwischenfrüchte keine tierische Futternutzung haben, dürfen sie nur gedüngt werden, wenn fest Mist von Huf- und Klauentieren oder Komposte ausgebracht werden. Hier darf die Grenze von 120 kg Stickstoff nicht überschritten werden. Die weiteren Vorgaben in den roten Gebieten sind die Verlängerung der Grünland-Sperrfrist um einen Monat sowie die Verlängerung der Sperrfristen für Festmist von Huf- und Klauentieren und Kompost vom 1. November bis zum 31. Januar. Dabei sei noch einmal betont, dass separierte Gärreste kein Festmist sind. Die siebte Anforderung betrifft die Begrenzung der Düngung auf Grünland oder mehrjährigem Feldfutterbau ab 1. September bis zum Beginn der Sperrfrist auf maximal 60 kg Gesamtstickstoff. Außerhalb der roten Gebiete besteht hier eine Begrenzung auf 80 kg Gesamtstickstoff. Das waren die sieben bundeseinheitlichen Auflagen. Kommen wir zu den bayerischen Auflagen. Jedes Bundesland muss, ergänzend zu den sieben bundeseinheitlichen Maßnahmen, zwei weitere Auflagen in den roten Gebieten festlegen. Bisher waren in Bayern drei Zusatzauflagen zu erfüllen. Zwei davon gelten weiterhin. Weiter bestehen bleibt die Auflage, dass vor der Stickstoffdüngung der im Boden verfügbare Stickstoff im Frühjahr für jeden Schlag oder jede Bewirtschaftungseinheit zu ermitteln ist. Die Ermittlung erfolgt über repräsentative Bodenuntersuchungen auf einem Schlag oder einer Bewirtschaftungseinheit je Kultur. Für die restlichen Schläge der gleichen Kultur kann, wie bisher auch, das Simulationsprogramm der Landesanstalt für Landwirtschaft verwendet werden. Weiter gilt auch die Maßnahme, dass vor der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern der von den Nährstoffen her mengenmäßig bedeutendste Wirtschaftsdünger auf seine Hauptnährstoffe untersucht werden muss. Soweit zu den neuen Anforderungen, die landwirtschaftliche Betriebe in roten Gebieten bei der Landbewirtschaftung einhalten müssen. Daran schließt sich die Frage an, gibt es denn für Betriebe in wenig belasteten Gebieten noch die Möglichkeit von Erleichterungen? Ob für einen Betrieb die hier im Bild gezeigte Erleichterung möglich ist, hängt von zwei Punkten ab, die gleichzeitig erfüllt sein müssen. Punkt 1. Der Betrieb hat keine einzige Fläche im roten oder gelben Gebiet und weniger als 20% seiner bewirtschafteten Flächen in einem Wasserschutzgebiet. Punkt 2. Der Betrieb hat weniger als 30 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche, höchstens 3 Hektar Gemüse, einen jährlichen Anfall von Wirtschaftsdünger von nicht mehr als 110 Kilogramm Stickstoff je Hektar und nimmt in seinen Betrieb keinen Wirtschaftsdünger auf. Punkt 2. Wenn Punkt 1 und 2 gleichzeitig für einen Betrieb zutreffen, werden Erleichterungen wirksam. Diese Betriebe sind von den Dokumentationen der Düngebedarfsermittlung und der tatsächlich erfolgten Düngung befreit. Eine andere Erleichterung besteht für rinderhaltende Betriebe mit über 3 gV pro Hektar, wenn sie keine einzige Fläche im roten oder gelben Gebiet haben und weniger als 20% der Fläche in einem Wasserschutzgebiet bewirtschaften. Diese Betriebe müssen nur 6 Monate Lagerraum vorweisen können. In den roten Gebieten brauchen sie ja grundsätzlich 9, wenn sie ausreichend eigene Grünland- und Dauergrünlandflächen haben. Für die nötige Berechnung können sie ihre Betriebsdaten in das LFL-Berechnungsprogramm für Lagerkapazität eingeben. Bei der Berechnung berücksichtigt das Programm automatisch die mögliche Erleichterung bei der Lagerkapazität. Das war der letzte Abschnitt des ersten Videos zum Thema Ausweisung nitratbelastete Gebiete und Auflagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.